Herzlich willkommen, liebe Elliot Weber, zur Tagesanalyse für den S&P 500 für den 26.09.2022. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Weber Live. Ja, ich hänge hier schon in meinem Stuhl wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, leicht angeschlagen. Die ganzen Analysen heute machen doch relativ müde. Aber irgendwie muss ich die ja vor Montag raushauen. Also seien Sie gespannt, wie es im S&P weitergeht. Los geht's. Wir beginnen auch hier wieder mal mit dem Wochenchart. Den kennen Sie schon aus meiner Wochenanalyse. Jetzt schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Die Welle 4, die dann wieder letzten Endes abgelöst wird durch die Welle 5, die uns wieder stark steigende Kurse beschert, hat das 38-2er Retracement überschritten. Und realistisch wäre jetzt, dass die sich an die 50-Prozent-Marke ranmacht und die erstmal abfrühstückt. Das bedeutet dann wiederum, dass der Kurs, den ich jetzt hier erstmal ausgesprochen habe und extra auch als sehr konservativ genannt habe, bei 3.500, ich kann es jetzt gerade gar nicht so gut lesen, ich gucke mal nach, bei 3.519 tatsächlich sehr konservativ geschätzt ist. Ich sehe realistisch das Abwärtspotenzial hier bis in diesen Bereich gehen. Circa 3.300 im Zielbereich. Zwischen 3.300 und 3.340 würde ich das sagen. Das wäre realistischer. Das müssen wir abwarten. Wir schauen jetzt noch in die untergeordneten Charts rein, in die anderen Zeitebenen, was wir da noch entdecken können. Aber bevor wir das tun, schauen wir doch mal hier. Die Welle 4 darf ja nicht den Endpunkt der Welle 1 überschreiten, der hier ist. Der Endpunkt der Welle 1 liegt exakt auf dem 88-7er Retracement. Das ist sozusagen Endstation eines Marktes. Also der wird dann schon hier angezählt, aber wenn der bis hier geht, dann ist wirklich Sabbat am Letzten. Dann haben wir einen großen Durchbruch. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Solche Sachen, die haben einen gewissen Magnetismus. Aber zunächst mal konzentrieren wir uns, wie ich es gerade schon sagte, auf das 50% Retracement und schauen uns die Sache dann nochmal neu an. Aber lassen Sie uns mal auf den Tagesschart schauen, wie knapp die ganze Geschichte schon wieder ist. Sie sehen hier die rote Make-our-Break-Linie. Hier unten, dort, wo diese Welle 5 hier geendet hat. Das ist der Kurs von 3637. Dort liegt die MOB. Und wir hatten jetzt schon einen entsprechenden Tiefstkurs bei, Moment, zumindest bei meinem Kursanbieter. Immer aufpassen, ich weise immer darauf hin, das ist ein CFD-Anbieter. Ich hatte ein Low bei 3645. Das sind noch 8 Punkte. Das ist gar nichts. Also wenn der Knabe sich jetzt noch irgendetwas hier erlaubt, dann ist das hier bestätigt und es geht erstmal abwärts. Kann natürlich sein, weil ich mache meine Analyse ja sehr früh und warte nicht ab, bis mir morgen die Märkte die ganzen Signale liefern, sondern ich werfe mich hier voll in die Bresche und sage Ihnen einfach heute am Sonntag schon mal, was ich prognostizieren würde. Natürlich kann jetzt der Markt hier in der gesamten Range der Welle 3 noch rumzappeln. Das würde mich auch alles gar nicht wundern, denn das haben wir bis zum Gehtnichtmehr die ganzen Wochen und Monate immer wieder erlebt. Dieses ermüdende Hin und Her innerhalb einer kleinen Range, das kann sich noch passieren. Allerdings in einer Welle 3 müsste das eigentlich hier bald entschieden sein. Aber nachdem der Schrecken des Freitags erst von so vielen Marktteilnehmern verarbeitet werden muss, könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt ein bisschen Angst davor haben, direkt bei Eröffnung des Marktes oder im vorbürstlichen Handel hier schon allzu große Bretter zu bohren und schon direkt hier die Woche anzufangen mit einem Megativ. So schätze ich die mal nicht ein. Aber das ist jetzt nicht technisch, sondern psychologisch und dient nur als Erklärung dafür, warum es sein kann, dass diese Marke mal nicht eben so leicht fällt, wie ein Messer durch die Butter geht, sondern dass das Ganze nochmal sich hier in diesem Bereich abspielen wird, bevor die abgeschlossen wird. Soweit also zunächst mal zu diesem Thema. Wobei man kann natürlich hier auch wieder sagen, okay, lasse ich hier ein Stopp mit der Limit Order bei 3637, 38 in diesem Bereich. Natürlich vorher die Kurse abgleichen mit den Kursen Ihres Brokers, die werden vermutlich differieren und dann schon mal auf Short gehen. Und dann müssten Sie allerdings versuchen, einen sinnvollen Stopp zu finden. Ja, den würde ich jetzt hier schlicht und ergreifend mal auf, Moment. So, also Sie können tatsächlich hier einen Stopp setzen, sagen wir mal bei mindestens 3700 Punkten. Vielleicht sogar etwas höher. Ist aber ganz schwer, weil Sie haben ja keine Haltemarken im Moment. Und dann auch fallende Kurse sich hier an dieser Linie einstoppen lassen. Also auch der S&P 500 ist und bleibt nochmal spannend. Alle Märkte, die ich jetzt beschrieben habe in der Wochenanalyse oder im DAX Index aktuell wieder im Nasdaq und auch hier, zeigen das gleiche Bild. Die hängen alle exakt an der Entscheidungslinie sozusagen, wie es weitergeht. Und ich sage Ihnen ganz klar, ich gehe generell von dem bürgischen Szenario aus, selbst dann, wenn jetzt Leute sagen, ja guck mal, der steigt ja auf 3873 Punkte. Ja, das darf ja dann auch, wenn die 3 zu Ende ist, dann geht der halt da hoch und dann geht der wieder runter. Er muss aber erstmal richtig Strecke machen bis über 4000, damit das überhaupt wieder irgendwo hier als bullisch zu werten ist. Soweit zum S&P 500. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und gute Trading-Ergebnisse. Mein Name ist Frank Schuh von Elja Träber live.